Sag mir, was ist geschehen? Was ist bloß los mit unserer Welt? Wann werden wir verstehen? Es geht um uns und das ist was zählt. Keine Angst, es ist niemals zu spät, solange die Hoffnung in uns weiterlebt. Wir warten nur auf den Augenblick, wir sind bereit, es gibt kein Zurück. Dann werden wir frei sein, denn es wird sein, vorbei sein, frei wiedersehen. Wir werden gewinnen, das Böse wird zwingen, was wir da gestiegen, nur wahr. Und wir werden frei sein, denn es wird bald vorbei sein. Kein Ding wird so weit sein, wohin er auch führt. Wir können wie viele Stunden und Tage vergehen. Wir werden frei sein, wir werden frei sein, wir werden frei sein. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.